Oh mein Gott, es gibt einen Speicherpunkt. Ja, ich weiß, wie Speicherpunkte funktionieren. Danke. Ich weiß auch, wie im Bugri-Shop funktioniert. Danke. Begib dich zu Agora. Typen. Oh mein Gott, wie cool. Das ist ja cool. Okay. Zurück nochmal zum Gespräch zu Hades und Malefics. Und Pete, aka Carlo. Haben die sich jetzt irgendwie einen, 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 wie sagt man da? Haben die sich zusammengeschlossen, jetzt sag ich mal. Ach, was hab ich verpasst? Sie waren noch, hä? Ja, okay. Ich denke mal, ich hab mich zu früh gefreut, dass Malefics irgendwie doch irgendwie nett sein könnte in Kingdom Hearts 3. Anscheinend ist es nicht, anscheinend ist sie blöd. Aber gut. Ähm, okay. Also, Hades möchte den Kosmos zerstören. Und irgendeine Black Box. Ich hab schon mal irgendwo von irgendwem mal gehört, irgendwas über eine Black Box. Aber was? Keine Ahnung, was Black... Was? Was? Hä? Ich versteh's nicht, oder gut. Ähm, gucken wir mal in den Bugri-Shop. Was der so uns zu bieten hat. Ähm, sieh dir unsere Waren an, na gern. Oh mein Gott, Schmied. Ähm, Schmied. Aber nicht. Ähm, okay. Ich hab... Oh, ich hab... Oh, oh. Du hast ein Sammelziel. Oh, jö. Ich hab zwei Beine der Sammelziele. Okay. Halt eine... Oh, oh, oh. Oh, oh. Symphonie. Was ist ein FP Plus? Wichtig mit einem Kampfhammer. Oh, cool. Folgereif. Und mit einem Phantomring und Hexenmeisterring. Das ist ja mal fancy. Ist mal näher an den Bildschirmerücken. Ein Stern. Warum gibt man nur Waffen für Donald? Herzlosenkeule. Herzlosenkeule plus zwei. Oh, doch, da habe ich niemals Wache. Steht da auch noch. Infantinmache und Königsmache. Oh, da gibt es ein Ultima. Gibt es auch Ultima Plus? Sieht nicht so aus, dass... Aber was muss man dafür machen? Achtung... Achtung... Achtungfünfzig verschiedene Materialien. Und dann gibt es ein Ultima. Oha. Ich höre da, glaube ich, sehr viel Grenden dann. Ähm... So. Item schmieden. Muss man sich sein Eater schmieden? Okay. Ähm... Interessant. Okay. Was kann ich kaufen? Ein Schildgürtel. Ähm... Ich hätte... Ähm... Ein Fickgel. Ja. Ja. Danke. Kann mir zwei... Preispostkarte. Okay. Ähm... Nein, ich wollte eigentlich ins Menü gehen. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich auf... Ähm... Options drücken muss. Da ist jetzt noch nichts dazu gekommen. Oha? Nein. Äh... Nein, nicht wahr. Aber ich kann mehrere Waffen tragen. Verstehe ich das richtig? Oder durch... Formveränder... Dein allererster Schlüsselschwert. Formänderung. Zweite Form. Okay. Ähm... Nein. Aber ich habe gesehen... Habe ich nicht Accessoires gekriegt? Oh. Na, ist das alles klar? Nee. Hä? Ich habe doch neue Sachen gekriegt, oder? Eine Postkarte aus dem Mogri-Laden. Wirfst sie in den Briefkasten in Twilight Town und... Vielleicht passiert was Tolles. Oh mein Gott, da spielst du bald selbst, dass man nach Twilight Town kommt. Als hätte man das nicht geahnt. Hä? Aber guck doch mal. Bin ich blöd? Guck mal. Bändesammelziele. Ach so, die kann man dann schmieden. Och, ich sollte vielleicht mal lesen. Noch, ne? Okay, man kriegt nicht mit 850 Materialien das. Man muss dann schmieden. Oh mein Gott. Ich habe... Ich habe gar nichts davon. Oh mein Gott. That's very sad. Okay. Oh Gott, erst mal speichern. Oh, oh. Äh, die Tutorials wurden freigeschaltet. Dankeschön. Äh, dann speichern wir das Ganze. Oh, 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 oh. Was? Man kann doch neue Spielständer haben? Was ist mit den 99 Spielständen passiert? Oh Mann. Oh Mann. Sieht man da das Datum? Oh Gott sei Dank, man sieht das Datum nicht. Ich dachte schon, man sieht das Datum. Nein, zum Glück nicht. Äh, ja, ich habe das Spiel schon ein paar Tage früher. Deswegen wollte ich jetzt erst so mal das Datum sieht, aber man sieht das nicht. Gut. Ähm, dann ähm... Funktioniert die Aufnahme noch? Ja, die funktioniert noch. Tibi-Tobi. Gut. Dann ähm, spiele ich noch ein bisschen weiter. Aber ich wollte da lang gehen, Goofy. Wieso nicht? Was habe ich dir getan? Herkule, das sind aber Fragezeichen. Ich werde da lang gehen. Ich habe keine Items. Ich sollte... Hä? Warum habe ich keine Items? Ich würde mir gerne Items ausrüsten. Kann ich mir die ausrüsten? Nein, ich möchte mich nicht heilen. Äh, wie geht das? Einstellungen? Muss ich dir auf Kurzbefehle gehen? Anschlag. Ah, nee, warte. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Da war ja was. Das ging ja auch in Kingdom Hearts 1 und 2, ne? Yes. Okay. Dann vergeblich, was wir da unten haben. Kann ich so nach links, ne? Ich kann nicht nach rechts. Okay, dann nehme ich mal an, dass wir unten Rufen haben werden, weil ich bezweifle sehr, dass wir in dem Spiel driben können. Aber gut. Aber wobei... Also Fokusleiste oder sowas wird... Also es wäre zumindest ein Platz dafür, dass wir eine Fokusleiste oder, ähm, eine Driveleiste bekommen. Ich bin mal gespannt. Oder vielleicht gibt es was komplett Neues. Weil sie haben ja auch darüber gesprochen, um diese, diese besondere Wachen zu erhalten. Vielleicht bekommen wir das dann, weil ich denke mal nicht... Ich meine, ich bin jetzt noch nicht gegen die. Wow. Mann, das ist... Ja, nein, nein. Das ist nicht so meins. Ist das eine Hydra da hinten? Aber... Ich... Ich... Es... Ich kann es einfach auch nicht wirklich in Worte fassen, das ganze Spiel. Also es ist überall... Es passiert überall. Weil das hattest du damals nicht. Du guckst da hinten hin. Die Wolken bewegen sich. Oder was das ist, ne? Da hinten. Es brennt alles. Es raucht. Du siehst überall diesen, ähm, halt eben den, dieses... Rauch da eben. Da siehst du auch, dass es wirklich brennt und alles. Und du siehst auch da hinten, dass es brennt. Da ganz hinten am Arsch der Welt. Oder da hinten, da hinten der Statue brennt das auch. Und Gufi steht einfach random mitten im Raum. Und Donald. Und Donald steht da. Gut, dann gehen wir mal Agora suchen. Ich will auch mal Agora eins. Ich will halt immer noch irgendwie eine Liste haben, was für Schatztrumme fehlen. Warum habe ich noch keine Karte? Ich will auch mal, was für Schatztrumme. Du erinnerst du das letzte Mal, als wir uns zusammen waren? Du fühlstst dich auf und weg. Wie hast du deine Kraft zurückgebracht, als du in und schaffst du Meg? Hmm, das ist schwer. All ich weiß, ist, dass sie in Probleme war. Suddenly, ich wollte sie schaffst, mit all meinem Herz. Aber es ist nicht so, dass ich dir wie. Oh Mann! Was ist falsch? All meine Kraft ist weg von mir, auch. Das ist warum ich dich brauchen. Weil ich hoffe, dass du eine Lösung hast. Entschuldigung, Sora. Lass uns später sprechen. Genau. Als wir mit diesen Leuten haben... ...aktivieren. Den freien Fluss genannt. Der freier Fluss genannt wird. Drücke im freien Fluss vier Eck, um Superkleider auszuführen. Auf diese Weise kannst du schnell große Distanzen zurücklegen. Du kannst im freien Fluss außer dem X drücken, um mächtige Feuer... äh... Feuerangriffe... ...freie Flussangriffe auszuführen. Meine Güte. Okay. Huiiii. Und nochmal. Aua! Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte dagegen. Au! Ich fand die schon mit Akvakacke. Warum geht das jetzt nicht? Äh... Ich war noch nicht so weit. Ich hab nichts gesehen. Okay. Ich konnte den freien Fluss damals schon nicht laden. Ich hab einen besiegt. Oh, ich bin Level 2 Schadenskontrolle. Krieg ich wenigstens irgendwie... Huch, bin ich dahin geflogen. Äh... Okay. Oh! Schön. Ah. Ah, nehm ich die mit, ne? Und dann... Bäm. Dann muss ich gleich nochmal. Und dann schleudere ich sie mal schön... Nicht weg, weil... Das irgendwie... Mein Arsch brennt. Äh... Sora, you need to be healed. Kannst du mich... Donald... Donald kann doch heilen, ne? Au, 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 au. Ach, du bist ne Pappnase. Ich hab mir doch grad geheilt. Uh. Das wollte ich nicht. Ich mach mal kurz. Gut. Oh, guck mal. Da ist was. Da war noch ein Tube. Ich hab jetzt gesehen. Yes. Und ein PH3 geschaltet. Okay. Donald heilt's ja langsam. Ich glaub, das hätte ich mir auf Priorität setzen müssen. Das heilen. Das gefällt mir jetzt nicht schon. Hercule! Hercule! Er hat aber noch keine drei Worte gesagt. Uh, wo ist er weg? Ah! Er hat den Weg. Hey, hör ein Geist! Ist ein Geist! In welches Weg? E Shapiro! In welches Weg? Oh nein, es gibt eine kleine Mädchen in der Feuer. Los geht's! Warte, die Rauf ist zu schnell. Dann, was ist die andere Wahl? Ich glaube auch nicht. Oh nein! Oh nein, nicht wieder! Oh nein, wenn es nicht die Säure und die Königin. Huh? Maleficent! Pete! Are you the reason the Heartless are here? Certainly not! Hey, Maleficent! Ich weiß nicht über seine Seite. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich bin ein Schmuck! Oh nein! Oh nein! Wie bei euch drei, werden wir wieder wieder treffen, wenn ich Zeit für solche Trifles habe. Oh nein! Und du bist besser mit deinem Rauf zusammen. Bis zum nächsten Mal, twerps! Warte! Warte! Bis zum nächsten Mal. Das ist gut, ich kann es so machen. Ich kann es so aufnehmen. Wie war das so? Warte, ich kann es so aufnehmen. Warte, ich kann es so aufnehmen. Warte, wir wissen wir. Du kannst es so aufnehmen. Ich glaube, wenn ihr das jetzt fünfmal nochmal sagt, bringt das genauso wie nicht irgendwie was. Weil das, klar, zerrt das irgendwie an Zoras Selbstbewusstsein, weil er seine Kräfte verloren hat. Es kann keiner sagen, ey, einer wurde extrem verletzt von irgendeiner Person, die er gern hatte. Und, oh ja, ne, ist nix passiert, ne? Das ist, ne. Das tut hundertprozentig weh. Das kann mir keiner erzählen, dass er einem sowas nicht weh tut. Kann ich hier die Wände raufraffen? Nein, schade. Und, ich find's hinteres... Da ist ein Stein. Achso, da ist ein anderer Weg. Ich find's aber, ähm... Da ist schon wieder diese Herkules-Puppe. Was soll das? Heb die auf! Heb die auf, Sora! Nicht wegschießen! Jetzt ist sie weg. Soll das sein? Oh mein Gott. Ich, ich, ich liebe diese Details. Ich liebe es. Und ich find's cool, dass man da hinten immer noch die Berge sieht. Ganz, ganz. Hinter dem großen Berg. Links. Immer noch die Berge. Und ich frag mich jetzt immer noch, was diese Blackbox ist. Was ist diese Blackbox? Was ist sie? Ich will das wissen. Da ist sicher die Karte drin, oder? Hundertprozentig. Yes! Karte Teben. Eine Karte des Gebiets. Kann ich die Größe machen? Was hat das überhaupt für eine Funktion? Gar keine. Hm. Schade. Gut. Dann spreche ich gleich noch einmal. Ich hab 27 Teile. Ich kann mir eine... Ich kann mir keine Potion leisten. Ich kann mir keine Potion leisten. Ich bin ein Armer. Nein. Ich stelle mal. Ich mach das jetzt bei Donald einfach mal. Schauen wir mal, ob das ja mehr bringt. Solange ich mich zumindest nicht selbst heilen kann. Ich hab neue Fertigkeiten gekriegt. Schadenskontrolle. Heilbierer, der lebt den Schaden, wenn der... Ah, das hab ich doch schon mal. Hm. Hm, ein Beistingen. Okay, okay. Gut. Es ist so schön. Es ist unglaublich. Ich glaub, es ist ein... Ich kann es nicht in Rolle fassen. Es ist einfach... Es ist toll. Und mir kommt es wieder in der Freundin. Rädchen. Wir sollen jetzt wohin gehen? Spiel, sagst du mir das nochmal? Hm? Okay. Ich hab's nicht mitbekommen. Oh mein Gott. Ihr könnt mich doch nicht einfach so erschrecken. Ja, klar. Das wollte ich. Kann ich irgendwo dagegen trotten? Das hat nicht funktioniert, Sora. Ich find's cool, dass er währenddessen so rumschweben kann. Ich kämpfe mal normal. Aber das Magieinsetzen macht schon ein bisschen mehr Spaß, meiner Meinung nach, als in Kino-Harts 1 und Kino-Harts 2. Huah! Ein Poppes! Gut. Ich versuche nochmal... Das hat nicht funktioniert. Ich treffe die halt nicht. Oh! Der will 3. Ist das meine Stufe oder ist das von jemand anderem eine Stufe? Ich denke mal... Nein, 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 nein. Au! Au! Nee, sonst brennt sich mein Arsch. Hahaha. Wie vorhin. Bam! So, Donald hat keine MP mehr. Das wäre jetzt nicht so cool. Au! Oh, ich hab bald wieder ein Level Up. Oh, sorry. Oh, ich hab Schamö. Achso, ich hatte gar kein Level Up. Das war... Das war... Wer hatte dann... Hä, wer hat... Schön, dass mein Leben so oft steigt. Das war jetzt kein richtiges Deutsch. Oh, je. Was habt ihr getan? Klar brennt Feuer. Oh, ja. Oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh! Oh, oh! Oh, oh! Teamangriffe. Während deines Abenteuers rufen Soeras Freunde manchmal zu einem Teamangriff auf. Wenn du ein grünes Teamkommando über dem Kommandomenü erscheinen, siehst du Drücke Dreieck, um es auszulösen. Manche Teamkommandos eignen sich zum Erforschen der Umgebung. Andere wiederum fügen gegen einen großen Schadenzug. Probiert es ja alle aus, um zu sehen, wie sie dir nützen können. Interessant. Das ist ja cool. Aber ich find's nett, dass Sura einfach mal durchs Feuer reinrennen wollte, obwohl das weh tut. Okay, Trio-Rudel. Mach mal. Oh, wow. Oh, ich kann das lenken. Och. Das ist ja cool. Wenn ich zurück will? Das ist ja fancy. Das gefällt mir. Das ist ne geile Idee. Eine Potion. Yes. Und hier zwei Potion. Ich musste... Kann man denn nicht irgendwie sagen, hey, stock das, Loot? Wo war denn das jetzt? Na, unter Fertigkeit. Nein, oh man. Ich brauch das, Loot. Warte. Kann ich dann da mehr Sachen mitnehmen? Oder... Ich hab halt immer noch kein Menü, was, wo mir Kisten fehlen. Das find ich jetzt nicht so cool. Ich hoff, das kommt noch. Wo kommen die Sachen? Wo kommen die Sachen? Die kommen einfach aus dem Nirgendwo her. Okay. Interessant. Das find ich cool. Hui. Mal gucken, ob hier was... Also, ich bin auf den Dächern, ne? Oh, das ist gut. Guck mal hier hoch. Mein Schaden. Hui. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh boah. War ich denn tot gewesen? Nicht? Ich weiß es nicht. Ich hab Angst, dass mir irgendwas im Kopf fällt. Hey, wie cool ist das? Jetzt kann mir keiner sagen, dass das nicht cool ist. Das ist ja mega... Oh mein Gott. 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 So rad. Irgendwie dachte ich mir, dass das Gegner sind. Aber das sind aber neue Gegner. Das sind die Sweet. Oh nee. Oh nee. Nee. Könnt ihr euch in Kingdom Hearts 2 an die Disney-Welder erinnern? Da waren die auch da. Ja, so haben die halt auch ausgesehen. So ähnlich. Die hatten da schon Zeitdinge überm Kopf. FP. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich geh unter Items und ich benutze das jetzt einfach mal. 31. 31. Warte. Sind das Fertigkeitspunkte? Er ist ein Fertigkeitspunkt. Oh, warte mal. Ich kann Charmeur ausrüsten. Ich will Charmeur haben. Danke. Okay, das geht nicht. Du bist? Ich will nicht.